so da le bastelzeit heute mal wieder mit ein bisschen was aus der theorie ecke und zwar soll es um takt gehen ja wer sich ein bisschen mit mikrokontrollern oder prozessoren auskennt der wird wahrscheinlich wissen dass sie nicht machen was sie wollen sondern die befehle werden in einem gewissen takt ausgeführt also in einem gewissen muster der tag wird üblicherweise als frequenz angegeben also in hertz beziehungsweise da wir mit relativ schnell laufen in megahertz gigahertz oder ähnlichem und typische takte die kennt da wahrscheinlich auch ein prozessor im computer der ist meistens heutzutage ich glaube bei drei bis vier gigahertz mikrokontroller irgendwie zehn megahertz 100 megahertz so um den bereich meistens und die frage um die es dann heute gehen soll wo kommt denn dieser takt überhaupt her ich werde mich jetzt hier auf mikrokontroller beschränken weil das ist ja jetzt hier so ein bisschen kanal thema und wenn wir da gucken nehmen wir mal so einen klassischen aduino dann ja wo der takt herkommt kann man denke ich relativ gut erahnen das ist ein 16 megahertz gerät und entsprechend haben wir dann hier auch ein 16 megahertz quartz kristall drauf dieser quartz kristall der sorgt dafür dass auch entsprechend der takt generiert wird dazu gehören noch zwei kondensatoren das müssten die beiden hier hinten sein zum anschieben und diese drei komponenten die geben vor wie denn der hier laufen soll und dieses konzept mit einem takt das findet man auch bei vielen anderen geräten wenn wir zum beispiel mal hier diesen esp 32 gucken naja auch hier haben wir einen kleinen quarz und ja wahrscheinlich dann hier diese zwei kondensatoren und was der esp 32 kann kann der 8266 natürlich auch auch hier haben wir einen quarz und zwei kondensatoren bei einem stm 32 da haben wir ein bisschen was anderes prinzipiell haben auch hier einen quarz und entsprechend irgendwo auf der rückseite die kondensatoren ok aber wir haben auch noch einen zweiten das hat einfach damit zu tun dass dieser mikrocontroller zwei sachen hat er hat einmal den system takt das geht über den hier und hat aber auch noch einen uhrenquarz das ist der hier 32,768 der ist dafür da eine uhrzeit ganz genau zu halten und auch wenn wir hier gucken das hier ist jetzt ein raspberry pi von hinten ihr seht diese relativ großen quarz dinger mit entsprechend dann den kleinen kondensatoren daneben wer jetzt ein bisschen tiefer in dem thema ist oder gut aufgepasst hat der wird eventuell schon sehen moment mal da fehlt irgendwie was das kommt noch nicht so ganz hin beim at mega hier da kommt hin der läuft mit 16 megahertz wir haben 16 megahertz quarz aber bei den anderen naja gucken wir jetzt zum beispiel mal beim 8266 der läuft nämlich normalerweise mit ich glaube 80 megahertz der quarz hier wenn wir hier drauf gucken der hat nicht 80 megahertz sondern der läuft wie wir hier sehen können mit was ist das 20 26 26 megahertz ok nun der trick an der stelle ist wenn wir einmal den takt haben dann können wir den ein bisschen manipulieren da gibt es ein paar sachen zum einen können wir einfach counter einstellen das heißt also wir zählen sagen wir mal wir kriegen einen takt von machen wir hier 16 megahertz dann zählen wir einfach wie oft der takt ankommt und wenn wir jetzt sagen okay wir zählen bis 4 1 2 3 4 und geben jetzt ein signal raus setzen dann zurück 1 2 3 4 jetzt ein signal raus naja dann haben wir die 16 megahertz geholt und geteilt durch 4 gemacht das heißt also jetzt haben wir am ende hinter diesem counter nur noch ein 4 megahertz signal ähnlich geht es auch in die andere richtung das heißt dann pll face lockt loop oder phasen regelschleife auf deutsch und mit der können wir einen bestehenden takt hoch machen auf eine höhere frequenz und das wird dann zum beispiel hier genutzt indem wir diese 26 megahertz entsprechend auf die höheren frequenzen dann ummodeln prinzipiell sehen wir aber dieses konzept das ist relativ universell wir haben also ein quarz und zwei kondensatoren auch wenn wir mal hier zum beispiel den hier holen das ist so ein son of basic also ein kommerzielles produkt überraschung wir haben wo ist er da unseren quarz und unsere zwei kondensatoren irgendwo irgendwelche von denen hier müssten es sein wenn wir uns das aber angucken naja das ist eine menge platz die wir hier brauchen also klar hier bei dem auf jeden fall bei dem typ mit dem hc 49 heißen die glaube ich da brauchen eine menge platz der ist fast größer als der prozessor selber bei hier solchen kleinen bauformen da geht es noch aber selbst die hier brauchen ein bisschen bordplatz und sind natürlich auch bei den kosten natürlich ein thema so ein quarz den kriegt man nicht umsonst sind sogar relativ teure komponenten das heißt also nicht immer ist es eine gute idee die wirklich zu verbauen wäre also schön wenn wir ohne so einen quarz auskommen könnten können wir das fast eine möglichkeit bauteile zu sparen das ist der sogenannte keramik resonator das ist hier zum beispiel verbaut bei diesem arduino uno wenn wir hier nämlich mal gucken wir haben jetzt zwar immer noch so ein ding aber das hat plötzlich irgendwie sechs beinchen und wir sehen keine kondensatoren in der nähe auch auf der rückseite nichts drauf da ist im prinzip ein piezo material drin wie in diesen piepern die wir von rauchmeldern zum beispiel kennt und das wird genutzt um hier das ding schwingen zu lassen ist ein bisschen komplizierter im prinzip innen drin aber es ist alles hier in der packung entsprechend verpackt so dass wir uns da nicht drum kümmern müssen wie ihr seht das ist im zweifelsfall kleiner auch weil die kondensatoren außenrum wegfallen hat allerdings natürlich auch ein paar nachteile der erste und größte nachteil ist das ding ist nicht so frequenzstabil hier so ein schwingquarz wenn wir hier so einen haben der ist relativ genau der geht übers jahr nur sehr wenig daneben das heißt wir haben eine sehr stabile frequenz egal was wir damit anstellen hier der die frequenz kann schon mal ein bisschen abweichen zum beispiel durch temperatur durch alterung oder diverse andere effekte von außen das heißt also haben im prinzip immer noch unsere frequenz von steht hier was drauf ich kann es nicht erkennen ich hätte es ist auch 16 megahertz oder sowas aber im gegensatz zum ursprünglichen quarz kann es ein bisschen mal drüber sein bisschen mal drunter in den meisten fällen ist das egal das ist problemlos innerhalb der spezifikation vom prozessor das heißt so der läuft dann halt mal ein bisschen schneller bisschen langsamer aber das macht dem prozessor erst mal nichts aus in der praxis wird man es auch nicht merken das wird aber dann zum problem wenn man mit anderen systemen arbeiten möchte das heißt also mit irgendwelchen anderen geräten kommunizieren möchte weil da gibt es manche protokolle wie i square c oder sowas die laufen so dass der master den takt vorgibt da ist es kein problem weil dann geht halt der takt auch wieder ein bisschen höher ein bisschen runter wenn wir aber zeitsensitive kommunikation haben zum beispiel bei rs232 oder usb da wird es dann schon problematisch weil wenn wir da ein bisschen zu weit drüber sind dann kommt auf der anderen seite nur noch unfug an weil zu den zeiten wo er nachguckt sind unsere daten nicht da ja und deswegen seht ihr auch hier zum beispiel wir haben diesen resonator hier für den eigentlichen aduino für den hier der die usb kommunikation da am ende macht haben aber noch einen klassischen quads so ein schwing quads mit seinen kondensatoren und der sorgt dafür dass die usb kommunikation wirklich den richtigen takt hat dieses konzept können wir dann auch bei anderen boards sehen zum beispiel hier das sind alles at megas der hier hat auch so einen resonator drauf und auch hier haben wir mal so einen ja quasi baugleich zu dem hier aber ihr seht auch hier hat man sich dazu entschieden einen resonator zu nutzen statt auf den vorherigen schwing quads zu setzen wir haben also jetzt zwei möglichkeiten wir können die klassische variante mit schwing quads und kondensatoren benutzen die uns den takt vorgibt das ist sehr genau allerdings relativ teuer relativ viel platzverbrauch oder wir gehen auf den resonator die sind kleiner sind wenn wir von der gleichen bauform ausgehen würden auch meistens günstiger brauchen die kondensatoren nicht außen rum und ja sind dafür aber nicht so genau könnten eventuell probleme machen wenn wir zum beispiel mit externen geräten kommunizieren haben wir noch eine möglichkeit eventuell was zu sparen ja haben wir denn theoretisch können wir es auch wie diese kollegen hier machen wenn wir uns das hier nämlich mal angucken da ist gar nichts drauf wir haben gar keinen quads okay das ist jetzt zugegeben nicht ganz korrekt wir haben einen quads nur wir sehen ihn nicht denn die meisten prozessoren die im mikrocontroller bereich unterwegs sind haben auch eine möglichkeit intern über einen rc oszillator einen eigenen takt vorzugeben das heißt wir können den prozessor laufen lassen über einen internen taktgeber und müssen extern nichts dazu machen das findet man hauptsächlich bei mikrocontrollern die separat betrieben werden wie hier diese at megas oder auch den stm 32 bei dingern wie hier dem esp 8266 oder dem esp 32 da hat man das eher nicht weil naja die müssen mit extern kommunizieren die sind ja extra gebaut worden für wlan für bluetooth da brauchen wir sehr genaue frequenzen und entsprechend findet man da auch üblicherweise überall einen quads und nicht wirklich die möglichkeit die intern laufen zu lassen aber wie gesagt ansonsten ist das doch etwas was man häufig finden kann das möchte ich mir dann heute angucken weil das hat einen relativ einfachen grund zum einen wir haben halt weniger bauteile in dem fall hier also zum beispiel gegenüber dem klassischen quads drei bauteile weniger zu löten und weniger die wir platz haben müssen wir haben entsprechend dann auch weniger stellen an denen ein fehler auftreten kann aber auch das muss man sich natürlich wieder erkaufen der interne rc oszillator also widerstand kondensator der ist wiederum nicht so genau wie so ein resonator also noch mal eine runde schlechter und meistens sind die auch langsamer als die anderen alternativen wir können zum beispiel hier bei dem bei dem hier bin ich mir nicht sicher aber bei den at megas zum beispiel kann man meistens irgendwie 8 megahertz erreichen während der externe mit 16 megahertz läuft oder ähnliches prinzipiell ist das aber auch immer eine frage möchte man überhaupt 16 megahertz fahren oder möchte man eventuell sein system absichtlich drosseln auf langsame geschwindigkeiten denn eine langsamere geschwindigkeit heißt auch weniger stromverbrauch kann auch zum thema werden weswegen ich mir das angeguckt habe das ist ja indirekt das hier kennen eventuell die ein oder anderen noch rm rf02 das ist ein bord was ich mal entworfen hatte 2018 sehe ich hier sogar ist schon ein bisschen was her müsste ich mal ein video zum nachfolger machen das ist ein kleines bord welches rauchmelder funkfähig macht und wie ihr hier seht wir haben eine menge komponenten aber wir haben nichts was einen takt vorgibt das heißt hier habe ich zum beispiel den intern benutzt einfach weil relativ wenig platz war oder wenn wir uns die aktuelle revision angucken kleiner spoiler vorab ihr seht eventuell da ist nicht ganz so viel platz entsprechend ja quarts hier drauf zu löten wenn ihr euch jetzt mal vorstellt hier so ein riesen hc94 da drauf zu machen ja wäre ein problem also gucken wir mal wie kann man denn diesen internen quarts nutzen was muss man da beachten und was gibt es da sonst noch so an punkten dann würde ich sagen wir fangen einfach mal mit dem at mega 328 p hier an das ist der prozessor der auf vielen arduino boards verbaut ist wenn wir hier mal ein bisschen drüber gucken dann haben wir hier die im datenblatt natürlich die komplette beschreibung für uns aber interessant sind ja die megahertz zahlen also speed sehen wir schon 0 bis 18 bis 16 megahertz bei 4,5 bis 5,5 volt oder bei kleineren spannungen nur bis 8 megahertz das heißt also wenn wir die volle leistung haben wollen können wir ohnehin nur 5 machen brauchen dann aber auch mehr strom und so weiter gut für uns interessant aber wo kommt der takt her und wir nehmen uns einfach mal hier links unser menü und wenn wir gucken system clock and clock options und hier sehen wir schon das ist doch ein bisschen komplizierter wir haben nämlich jede menge unterschiedliche clocks die im system benutzt werden denn theoretisch haben wir ja einen system takt ja keine frage der wird hier über diese clock control unit beim avr zum beispiel gemacht aber der teilt sich dann hinten dran auf wir haben einen takt der für cpu und ram zuständig ist wir haben einen takt der für flash zuständig ist wir haben einen adc takt wir haben io takte für die ganzen gpu sachen wir haben eventuell noch timer die separat laufen und wie gesagt hier macht diese clock control unit das alles automatisch was für uns interessant ist ist hier unten dieser bereich und zwar der clock multiplexer damit wählen wir nämlich aus wo kommt unser takt her normalerweise ist das das hier ein crystal oscillator das heißt also wir haben extern ein quad sitzen der schwingt und der gibt unseren takt hier rein der wird ausgewählt und gibt dann hier entsprechend den takt weiter an diese clock control unit es gibt noch andere möglichkeiten zum einen gibt es external clock das heißt wir benutzen kein quarz der schwingt sondern wir benutzen wirklich ein digitales signal was uns den takt vorgibt das hat man zum beispiel mal dann wenn man irgendwie einen anderen ic mit drauf hat der ohnehin schon eine taktquelle hat und die möchte man mit benutzen da kann man das machen oder auch wenn man zum beispiel mit gps oder sowas arbeitet kann das eine option sein das andere ist ein low frequency crystal oscillator das ist im prinzip genau dasselbe wie hier nur langsamer haben wir zum beispiel beim stm eben gesehen beim blue pill mit diesem uhren quarz um die uhrzeit zu halten und last but not least gibt es den hier den calibrated rc oscillator dieser rc oszillator das ist der eingebaute und wie wir sehen können der füttert ohnehin immer ein bisschen den flash und eprom aber wir können ihn auch über diesen multiplexer hier auswählen unseren system takt hier bereitzustellen das ist ja genau das was wir wollen wenn wir uns da mal durchlesen das ist nicht ganz so einfach leider weil das datenblatt hier in meinen augen ein bisschen unübersichtlich geraten ist aber was wir uns merken können es geht hier um diese ck sel 3 bis 0 das sind die device clocking options das heißt also damit wird eingestellt wo soll unser takt herkommen hier haben auch unsere ganzen auswahlmöglichkeiten und was wir intern haben ist hier einmal einen internen 128 kilohertz oszillator und ein calibrated rc oszillator das ist ja den den wir haben wollen hier sehen wir aber schon einen punkt der wird uns gleich noch auf die füße fallen nämlich hier geht es um sogenannte fuses was das heißt gucken wir uns gleich an gehen wir gerade noch ein bisschen runter denn hier ist noch ein bisschen mehr erklärt wenn wir was scrollen full screen external nein hier sind wir doch calibrated internal rc oszillator und hier sehen wir auch der internal rc oszillator provides an approximate 8 megahertz clock wir bekommen hier also einen 8 megahertz das heißt selbst dann wenn wir mit den 5 volt arbeiten ist üblicherweise hier nur 8 megahertz drin das kann man ein bisschen tunen mit ein paar tricks aber prinzipiell kann man sagen interner oszillator 8 megahertz externer quarts wahrscheinlich bei den meisten arduino sachen 16 megahertz und hier ist auch nochmal erwähnt dadurch dass wir spannungsänderungen oder temperaturänderungen haben kann diese uhr abweichen und wenn man das akkurat haben will dann muss das ganze kalibriert werden das heißt wir müssen selber nachregeln wenn wir das irgendwie in verschiedenen temperaturen betreiben wollen in verschiedenen spannungen betreiben wollen je nachdem nun habe ich ja schon gesagt das kann uns ein bisschen auf die füße fallen gehen wir mal ein bisschen runter haben wir das hier irgendwo lasst mal schauen ja genau hier sind wir das ist die tabelle mit dem low fuse byte und wir sehen hier unsere ganzen sachen wir haben sehen die ck cell 3 2 1 und 0 womit wir die clock selekten also zum beispiel was wir benutzen wollen und wir sehen noch etwas und zwar gibt es hier noch die start up time ck out und ck div 8 um gerade noch mal kurz durchzugehen mit denen hier die haben wir eben ja schon in der tabelle gesehen sagen wir was wollen wir benutzen mit der start up time können wir den boot ein bisschen herauszögern das ist zum beispiel bei manchen quarzen notwendig weil die einen moment brauchen um sich einzuschwingen um auf die richtige frequenz zu kommen wenn sie frisch strom bekommen ck out heißt wir können unsere systemtakt auf einem pin ausgeben lassen um zum beispiel einen anderen mikrocontroller dann noch zu versorgen und ck div durch acht damit können wir die uhr durch acht teilen das heißt also ja ein achtel vom takt nur benutzen hatte ich ja eben schon erklärt mit solchen zählbausteinen oder zähllogik ist das durchaus möglich wenn wir jetzt hier uns mal die default values angucken womit also der at mega ausgeliefert wird das sind ein paar interessante sachen zum einen naja ck div durch acht ist programmiert das heißt der takt den wir reingeben wird durch acht geteilt und wir sehen noch etwas und zwar hier unten da haben wir die 0 0 1 0 und das hier die default setting die geht auf den internen rc oszillator bei 8 megahertz das heißt also wenn wir so ein at mega kaufen dann hat der den internen 8 megahertz oszillator geteilt durch acht er läuft also mit einem megahertz da gibt es aber ein sternchen denn ihr kauft meistens nicht einen at mega sondern ihr kauft einen arduino und die arduino sind schon vorprogrammiert und sind dann umgestellt auf diesen externen 16 megahertz quads das heißt diese werte hier wurden da schon vor der auslieferung verändert um entsprechend dann mit 16 megahertz zu laufen wenn wir die jetzt anders haben wollen müssen wir diese fuse bytes hier umprogrammieren das problem ist das sind keine register die man normal im programm ändert sondern das sind spezielle konfigurationsregister die man üblicherweise nur über ein programmiergerät ändert das kann man sich auch ausrechnen es gibt hier zum beispiel von embedded so einen avr fuse calculator da kann man den chip den man hat auswählen und kann dann hier einfach sagen okay was möchten wir haben das ist jetzt zum beispiel so etwas was für den externen 16 megahertz eingesetzt werden kann und was wir da wollen ist interner rc oszillator 8 megahertz standard machen wir mal den hier zum beispiel dann sehen wir das hat er hier geholt hat die bits richtig gesetzt und was wir machen könnten wäre jetzt hier unten es geht ja nur um den low fuse byte das ist ja alles was für die clock notwendig ist wir könnten jetzt also das hier benutzen diesen befehl um über avr dude zu programmieren dafür braucht ihr aber wie gesagt ein programmiergerät üblicherweise ist das ein stk 500 klon oder man holt einen anderen arduino den kann man mit ein paar tricks auch als programmiergerät missbrauchen ist aber wie ihr seht relativ viel aufwand wenn man das machen möchte direkt in arduino geht es im übrigen nicht da habt ihr keine auswahl einfach weil der davon ausgeht bei avr boards dass ihr irgendein fertig gelötetes board habt und es gibt hier keine auswahl zu sagen okay lass mich mal selber konfigurieren das ist leider ein bisschen dünn wenn man mit arduino arbeitet was man aber natürlich beachten muss ist hier dass wenn man das jetzt selber umprogrammiert auf diesen internen oszillator läuft das ding hier nur noch mit 8 megahertz müsst ihr ein bisschen aufpassen hier bei dem arduino pro mini zum beispiel können wir glücklicherweise sagen okay hey du bist ein 3,3 volt modell dann läuft er mit 8 megahertz das muss man dann auch auswählen selbst wenn man mit 5 volt arbeitet einfach weil diese 8 megahertz relevant sind prinzipiell könnt ihr auch 16 megahertz auswählen programmieren und das ding wird laufen aber solche sachen wie delay 100 würden dann nur mit der halben geschwindigkeit laufen das heißt wenn wir jetzt hier 1000 heißt wenn wir jetzt hier auf 16 megahertz stehen und sagen okay mach mal bitte 1000 millisekunden delay also eine sekunde wäre in realität das zwei sekunden einfach weil dieser controller mit der hälfte der geschwindigkeit läuft je nachdem was für ein system man nutzt kann man da ein bisschen glück haben dass es einfacher geht zum beispiel gibt es ja nicht nur die avr at mega sondern es gibt auch at tiny zum beispiel mit at tiny core da nutzt man üblicherweise tatsächlich ja direkt den nackten chip und keine fertigen boards und entsprechend hat man hier auch mehr auswahl wenn wir zum beispiel mal den at tiny 88 holen hier ohne bootloader genau das etwas was ich einsetze dann hat man jetzt hier die auswahl der clock source und kann sagen okay wir möchten intern 8 megahertz quats wir möchten intern 1 megahertz intern 4 megahertz kann man hier einfach auswählen und wenn man dann sagt burn bootloader die dinger werden ja ohnehin mit einem programmiergerät programmiert dann würde der jetzt auch entsprechend diese flex die wir eben gesehen haben diese sogenannten fuses passend setzen und man muss nicht per hand hier irgendwas mit hex zahlen auf das ding programmieren so wie man at mega und at tiny machen kann haben wir jetzt schon mal es gibt aber ja noch andere mikrocontroller die gerne benutzt werden und zwar die stm 32 wie gesagt esps die da macht es keinen sinn weil wir den takt ohnehin für wlan und so brauchen aber esp 32 wenn man den lötet kann es durchaus sinn machen vorausgesetzt natürlich man bekommt ihn aktuell sind die quasi unoptanium da ist leider wenn man arduino benutzt mal wieder alles etwas sehr viel komplizierter wenn wir hier nämlich reingehen in die boards sehen wir ja es gibt verschiedene serien eine relativ bekannte serie ist die stm 32 f1 das der 103er ist auf dem blue pill den wir gesehen haben sehr bekanntes board und was wir machen können ist den blue pill auswählen und jetzt wir haben leider keine möglichkeit irgendwas hier einzustellen auch wenn wir sagen okay das hier ist ja nur c6 sagen wir wollen den c6 generik holen auch hier keine möglichkeit irgendwas einzustellen das aber sehr inkonsistent denn wenn wir jetzt mal auf eine andere serie gehen wie zum beispiel die f0 serie das ist ein bisschen kleinere naja hier haben wir plötzlich die möglichkeit zumindest für das generic board zu sagen okay wir wollen hse highspeed external also ein externer quarts mit 8 megahertz externer quarts mit 16 megahertz oder überraschung hsi internal sc oscillator das heißt also ja hier geht das im prinzip aber leider bietet arduino im menü das nur für manche boards an wenn man ohne arduino arbeitet dann hat man meistens so was hier vor der nase das hier ist jetzt stm 32 cube mx das ist eine software von st micro also dem hersteller von diesen stm 32 dingern womit man die konfiguration sich so ein bisschen zusammen klicken kann also zum beispiel hier wenn wir sagen wollen okay das hier soll jetzt input output sein oder analog das ist quasi der kram hier und was ich hier mal konfiguriert habe das ist diese vier pins hier und zwar habe ich jetzt zwei externe quarts angeschlossen ganz so wie das auch beim bluepil ist auch wenn der bluepil einen anderen prozessor nutzt wie gesagt er hat einen f103 ich habe jetzt hier den f030 ist aber im prinzip egal die funktionieren relativ ähnlich wir haben also jetzt zwei quarze den hse highspeed external und den lse lowspeed external im prinzip könnte man sagen der hse ist für den systemtakt verantwortlich also wie schnell der prozessor läuft und der lse ist nochmal ein separater quarts extra für die interne echtzeit uhr wenn man also irgendwas mit datum halten will das möchte man ja extrem genau haben weil man möchte keine abweichung haben in der uhrzeit auf einmal dass man irgendwie die alle fünf tage nachstellen muss die uhr deswegen man da teilweise separate so eingestellt ist es jetzt gibt es hier oben den bösen reiter clock configuration da wird das ganze eingestellt und alles in deckung ja das sieht etwas komplizierter aus ich weiß ich versuche es mal kurz durchzugehen also festhalten wir gehen jetzt mal ein bisschen in die prozessor in reihen fangen wir links an da haben wir unsere beiden quarze wir haben den low speed den kleinen für die uhr mit 32,768 kilohertz der wert wird geholt weil den kann man sehr einfach teilen um auf eine sekunde zu kommen ist so ein standard quarts der in so ziemlich jeder uhr die mit dem quarts arbeitet benutzt wird und dann haben wir hier einen 16 megahertz quarts für den systemtakt so im prinzip was ihr hier wissen müsst es gibt diese dinge hier das ist ein mux das heißt hier können wir zwischen verschiedenen quellen auswählen und dann gibt es ein paar sachen wie zum beispiel hier geteilt durch oder mal wo wir entsprechend dann den takt manipulieren können gehen wir mal hier oben durch wir haben hier die 32,768 die kommt von extern als lse rein sind ausgewählt und von daraus geht es direkt durch zum rtc also der internen echtzeit uhr realtime clock das heißt die wird gefüttert mit diesen 32,768 gut was ist mit unserer input frequenz unseren 16 megahertz den hse naja im prinzip geht der hse hier direkt in den system clock mux und könnte dann hier füttern wenn wir das aber machen naja dann ist unser system hier unser prozessor mit 16 megahertz an laufen der kann aber ja 18 48 megahertz und deswegen gehen wir einen anderen weg und zwar gehen wir hier den wir haben die hse geteilt durch 1 wir lassen den also gleich 16 megahertz bleibt 16 megahertz wir teilen den nicht nochmal runter der wird gewählt als eingang für den sogenannten pll hatte ich ja eben schon erklärt das ist ein system um entsprechend den takt zu erhöhen und was der macht ist diese 16 megahertz die wir bekommen mal drei ok so 16 mal drei könnt ihr euch ausrechnen oder wir folgen einfach den pfeilen denn der ist jetzt hier tatsächlich ausgewählt und füttert hier unsere system clock das heißt also unser system läuft jetzt mit 48 megahertz der maximalen geschwindigkeit die möglich ist das heißt also unsere 16 megahertz werden zu 48 und von hier aus wird das ganze verteilt das brauchen wir uns jetzt nicht groß weiter anzugucken es gibt zum beispiel hier i2c wir haben hier irgendwelche peripherals die gefüttert werden der speicher wird gefüttert im prinzip das was ihr eben gesehen habt dieser kram entspricht dann im prinzip diesem system clock mux oder wie er hieß da beim at mega jetzt wollen wir aber keine externen takte also müssen wir die irgendwie manipulieren dann gucken wir doch mal wie wir das machen können fangen wir mal hier oben an der hier fällt weg das heißt unseren lse haben wir nicht mehr das heißt das können wir nicht nutzen was können wir also stattdessen nutzen wir können den hier nutzen der ist der hse geteilt durch 32 hse ist aber der andere quaz den wollen wir gleich eliminieren hilft uns also nicht was haben wir hier noch h lsi 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 was soll das denn sein naja es ist kein hersteller von stsi-controllern sondern es ist low speed internal klingt gut oder internal ist intern und wenn wir gucken das ist ein interner rc oszillator mit 40 kilohertz den können wir einfach auswählen und schon füttern wir jetzt hier unsere rtc mit 40 kilohertz ohne dass wir den externen quaz benutzen das ist ja schon mal ein guter anfang 40 kilohertz ist zwar nicht ganz so schön wie 32,768 aber es reicht meistens aus um die uhr für eine zeitlang zu halten so der obere bereich ist abgeschlossen holen uns mal den unteren das wäre der hier was können wir denn hier beim system clock mux holen hsi aha high speed internal folgen wir dem mal das ist ein interner rc oszillator mit 8 megahertz dann können wir den doch holen oder schon haben wir hier im prinzip den unteren part so ein bisschen abgeklemmt hier geht ja im prinzip nichts mehr raus nö ok aber wenn wir das machen läuft unser hier mit 8 megahertz und die sind ja fix ein bisschen schneller wäre schon schön oder naja können wir wenn wir mal gucken dieser hsi rc der geht nicht nur hier hin sondern er geht auch hier unten hin moment mal das hier füttert auch unseren multiplier hier wo wir mal rechnen können das heißt wir können jetzt einfach sagen okay wir wollen nicht die 16 megahertz von draußen die wir mal rechnen sondern wir holen hier oben diesen hier den wir mal rechnen aber zwangsweise durch zwei und das können wir auch nicht umstellen das heißt also hier kommen dann nur vier megahertz an jetzt können wir aber hingehen das hier ist jetzt mal drei dann wären wir bei acht megahertz acht wieso acht ach nee nee moment wir müssen sein clock mux noch umstellen auf den pll wieder zurück und jetzt sehen wir hier schon irgendwas greidet da uns an wir haben jetzt hier zwölf megahertz aber hier das ist lila lila heißt meistens das stimmt was nicht wir können aber einfach hoch gehen jetzt sind wir bei 16 megahertz und bis wohin können wir hoch gehen 32 megahertz 36 megahertz und 40 na schaffen was 44 megahertz und wenn wir mal zwölf rechnen 48 megahertz wir können natürlich auch höher gehen aber dann meckert er hier nee 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 moment mal 52 megahertz ist über mein maximum das ist pfui das heißt also wenn wir den hier so konfigurieren dann wären wir wieder bei 48 megahertz maximaler taktquelle aber nur noch mit dem internen lsi und hsi das heißt also die externen quarze die können wir jetzt im prinzip hier hingehen und abklemmen machen wir die mal hier weg ist nichts mehr angeschlossen und wenn wir jetzt hier hingehen sehen wir auch die sind jetzt alle ausgegraut und trotzdem läuft unser system wie gesagt relativ kompliziert am ende kommt dann ein code raus zumindest wenn man einen projektnamen eingibt ich ziehe den mal gerade sekunde und hier haben wir den code den jetzt dieser cube mx generiert hat das ist einfach normales c ein bisschen runter gehen gibt es eine funktion die für uns relevant ist nämlich die system clock config und hier sehen wir dass die ganzen einstellungen bezüglich wir wollen den hsi haben wir wollen den lsi haben das wird alles hier gemacht das sind also alles dinge die wir im programm glücklicherweise machen können das heißt also wir müssen nicht wie beim arduino hingehen und mit einem programmiergerät anrücken sondern hier können wir das wirklich im code machen prinzipiell kann man es auch hier holen und in den arduino code wieder rüber kopieren wie gut das läuft kommt sehr darauf an was ihr benutzt weil arduino da interne noch magie noch macht aber prinzipiell seht ihr so ein code kann man hier relativ einfach sich zusammen klicken wenn man einmal verstanden hat wie die dinge alle zusammenarbeiten und dann auch in eigenen codes benutzen vorzugsweise natürlich in komplett selbstgeschriebenen aber auch mit arduino müsste es möglich sein oder ihr nutzt natürlich einfach den arduino code mit einem stm 32 f0 weil ihr habt gesehen hier gibt es die auswahl zum glück weil da haben genügend leute gemeckert dass das endlich reingepatcht wird das heißt hier kann man es einfach auswählen und der kümmert sich an um die passenden codes automatisch das heißt ihr müsst nur noch hingehen wenn ihr selber an bord entwerft den stm 32 f030 drauf löten und müsst euch nicht um irgendwelche quarts oder ähnliches kümmern sind dann wieder ein paar lötstellen weniger meistens auch günstiger ich meine man muss die teile nicht mehr kaufen und am ende läuft es mit diesem hsi trotzdem üblicherweise so genau dass es für die meisten anwendungen eben ausreicht ja ich hoffe ihr habt jetzt ein bisschen überblick bekommen was man so alles üblicherweise als taktquelle nutzt bei mikrocontrollern vom üblichen quarts der entsprechend den takt dann vorgeben kann über irgendwelche sachen die mit anderen prinzipien wie zum beispiel piezo arbeiten bis hin zu geräten die dann halt gar keinen quarts haben und entsprechend einen internen taktgeber nutzen einen internen rc oszillator üblicherweise um sich einen halbwegs genauen und für viele fälle ausreichenden takt zu generieren am ende muss man selber entscheiden was für einen wichtig ist wenn man natürlich keinen platz auf dem bord hat dann ist es ganz gut wenn man einen internen oszillator nutzen kann hat aber den nachteil dass externe schnittstellen wie zum beispiel usb oder auch seriell entsprechend problematisch werden können wenn es zu sehr abweicht da ist es dann besser auf irgendwelche genaueren sachen zu gehen das heißt also auf entsprechend hier solche resonatoren oder gar auf den guten alten quarts der halt immer noch von den teilen die wir hier sehen die höchste genauigkeit hat in allen fällen wenn man es passend zu seinen anforderungen ausgewählt hat hat man am schluss seinen systemtakt im mikrocontroller drin und der tut damit was er soll